Für unsere und Ihre Freiheit. Eine außerirdische Lebensform schickt uns zum Leben erweckte Videospiele, um uns anzugreifen. Pac-Man ist böse? Es kommt! Donkey Kong. Das ist bloß ein Fass. Wie sehr kann das schon wehtun? Ah! Der einzige Weg, Pac-Man zu töten, ist mit Geistern. Ihr wollt Geister? Hier sind eure Geister. Oh ja! Wir sind die Einzigen, die das kennen! War nur ein Witz. Wir werden alle sterben. Tut mir echt leid. Darf ich euch vorstellen? Professor Ivatani, der Schöpfer von Pac-Man. Pac-Man ist nicht böse. Ihr werdet sehen. Professor Ivatani, was tun Sie da? Ich rede mit ihm. Er ist mein Sohn. Hallo, mein süßer kleiner Junge. Du bist aber groß geworden. Das ist so süß. Ist so süß. Ich weiß, du bist ein guter Junge. Ich bin keine Maschine. Kein Mensch. Ich bin mehr. Ich kann ihn nicht zurücklassen. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht.